Hallo und jetzt Willkommen zu einem Video mit meinem Verfläbeln mit Fabi Hallöchen, jetzt wollte ich extra warten, weil ich noch was suchen wollte, weil ich bauen kann Ich hatte drei Schnauze bauen Du Schnauze, du kommst an auf die Schnauze Oh, Knochen Ne Äh Schade Die wie man sagen ... Wo waren ich? Wo ist die Runde des Wi-Johan? Wo sind die Prinz? Was werden Sie so sagen? Wo ist das? Tschüss! Das tut mirs Census mein kart jedes mal wenn wir fahren und bei uns danach haben dann wird was bringen sonst nicht ich habe eine schienen da hatte ich bin ein döner das macht den ganz sinn also sagen es mal so kein flughafen wirklich ein flughafen haben keine ahnung ich weiß jetzt echt nicht wer ich bauen soll ich hab hier so einen kleinen teig ja ich kann den teig verzieren wo ist heute meine putze in ja weiß ich nicht du baust deine putze nicht ich das stimmt ich bin unsere nachbarn Der ist so schlecht, Alter. Das ist unser Nachbarn. Das ist unser Nachbarn. Das ist unser Nachbarn, ja. So, jetzt bekommen wir uns... Wir sind neu eingezogen, ne? Ja, bekommen wir uns Kuchen. Machen wir da jetzt mal so einen Schlag noch rein. So. Alter. Was lacht ihr denn jetzt? Mann, Meier. Als Willkommensgeschenk. So, was kann ich denn jetzt mal echt bauen? Weiß ich doch nicht. Liegt da was? Was? Na gut, das dürften wir jetzt im Stream sagen, aber hier nicht. Was? Ja, genau. Das dürften wir hier nicht sagen. Aber ich weiß, ich kann es sagen, aber ich weiß nicht, ob du so glücklich wärst. Ne, ne, ne. Mach drauf, wenn du schiefkrieg. Weil ich hab ein Diaschert. Ne, es passiert ja nicht. Da piepst du's raus. Ja, man hört bei dir eh nur die ganze Zeit ein Piepsen. Nein. So? Ja, weil wenn ich nicht rede, dann hört man den Piepsen. Da hast recht. Ne, ich hab's reingestellt, dass man bei dir einen Piepsen nicht hat. Achso. Also hört man so oder so nicht, also ich sag Gesundheit. Slash MSG aus... Hey. Hey, wieso schreibst du's mir? Ich hab's nicht gesagt, also YouTube kann ich sagen. Er sagt nichts mehr. Dann dann Angestellte holen, oder? Ja, genau. Was sagst du's mir jetzt gesagt? Oh, Junge. Er sieht gleich viel belegter aus. Drei Bäume, ein bisschen Gras gezüchtet. Ja, ich find das irgendwie ein bisschen mit dem Gras ein bisschen hier übertrieben. Ja, gut. Irgendwo schon, aber hier hinten ist das Wegende. Hier zwischen den Häusern ist es wirklich übertrieben. Ja. So, dann... Wobei ich hier am Baum an der Kiste, das finde ich eigentlich geil. Aber hier zwei, das ist scheiße. Äh, drei. Vier. Äh. Äh. Also. Eins. Äh. Jetzt, sag mal still, ich muss konzentrieren. Eins. Vier. Eins. Nein. Nein. Nein, ich bin jetzt still. Äh. Ich bin jetzt still. Ja. Okay? Gut, Mann. Ich bin jetzt ruhig, okay? Okay. Ja. Ja. Das... Ist das auch okay für dich? Erstmal nochmal komplett abpacken, bevor ich still bin. So, äh, scheiße. Hab ich verbaut. Hab ich verkalkuliert. Wo wolltest du hingehen? Wo wolltest du hingehen? Das muss doch noch... Der Weg muss doch noch ein bisschen weiter. Ja. Ja. Äh. Mann. Du lenkst mich die ganze Zeit ab, ey. Ist voll unfair. So. Äh, genau. So kann's bleiben. Dann muss ich schon mal zurück. Ja, 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 ja. Ach, Gott. So, wieder sechs hoch. Ah. Hä? Was war das? Was war das? Ey, toll. Jetzt muss ich warten. Wenn ich jetzt was abbau, das ist ein Problem. Ja. Dann hast du ein Problem. Ja, das sind die Atemens weg. Na du, nichts tue. Ey, ich bin noch abbauen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich bin noch abbauen. Lass mich doch mal in Ruhe. Toll, die krieg ich hier wieder schon alles weg. Hier hat zu wenig Erde eingesammelt. Ach, danke. Oh, ich hab's oft genug eingesammelt. Jetzt komm ich wieder mit Erde hochbauen. Wieso packe ich denn hier runter? Mann, will ich backe backe Kuhenspülen. Na egal. So, da, 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 da. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Natürlich. So, jetzt muss ich noch Platz sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Ich hab mich schwer verbaut. Mann. Ey, deshalb baue ich hier öfter frei Schnauze. Ne, verbaut nicht, aber das ist auch so groß. Sieht gar nicht so groß auf dem Bild aus. Ja, deshalb gucke ich mir keine Bilder an. Man, ich denke so, ah, jetzt, easy pass ist jetzt erhöhen, aber nee, doch nicht, tue ich nicht. Dann brauchst du aber, glaube ich, auch mehr Baumaterial. Ich hab zu wenig Baumaterial, weil du hast nämlich ihn da. So, ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Danke. Danke, Fabi. Nicht ermelden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein, vier. Oh, ich hoffe, ich will es so rumspunnen, weil gleich wird ich tot, wenn ich weiter mache. Ruf den Kartoffeln, komm mal her. Ist das eine Halle? Nein. Nein. Nein, fass raus. Okay, ich hab... Ich hab noch zwei... Ich hab noch zwei Herzen, dann... Normalerweise eigentlich nur in meinen neuen, aber ja, ich hab halt etwas kleiner gehalten. Ey, das ist ja voll klein geworden. Hast du eigentlich bei der, ähm... Tu hier Kartoffeln angepflanzt? Ja. Gut, was... Ja. Kartoffeln geht schneller weg, ne? Nein, weil wir jetzt eigentlich keine Ruhe mehr hätten. Zum, mein ich. Naja, ich hab welche angepflanzt. Ich glaub, drei Beete. Zwei Beete. Okay. Ein, zwei... Vier, fünf... Vier... Höh? Öh? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ach, ja, ein bisschen mehr Abstand ist ja auch ein bisschen schön. So. , dann kann ich hier halt... ...h Prü Curry API API verrührt. das ach das sieht jetzt voll doch das passt generell eigentlich so irgendwie null so und jetzt mhm daher fahrt werden durch sehr viel holz geformt hat durch was so eigentlich sollte das ein haus werden was so eine dachschräge hat und dann so ein riesiges fenster aber naja ich glaube das reise ich doch lieber mal ab wie sieht es aus und echt wie so eine halle bei so ein bild so ein ähnliches hab ich gesehen wie ich bei Google das Haus gegoogelt habe ähm äh als Garage ne nicht als Garage aber ja halt als das ist ein Survival Starterhaus darunter habe ich das gefunden mann ich wow jetzt sieht halt nicht so wirklich so aus ne ich glaube ich so dunkel zum jetzt was ja jetzt weiß auch wieso mir alles hier so spanisch vorkommt so ihr könnt äh euch mal drauf einstellen ich schicke euch noch öfters dieses Haus abreißen weil ich den Fehler gemacht habe so 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 ich komm bin hier so Und 1 und 2. Und hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dieser eine Spaten sich nicht mehr gemeldet hat, dieser Jonas-Game, weil er wieder heißt. Achso, wegen dem Ding? Ja, der wollte eigentlich mitspielen. Da hatte ich aber schon mal, da hat sich vor... Letztes Jahr, also letztes Jahr im Sommer irgendwann, hat sich auch einer gemeldet, der wollte auch mitspielen bei LS, Gumsding, glaube ich. Hat sich gemeldet. Drei Kommentare, nichts mehr. Hey, 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 da ist der Ossi aber fleißig am Bauen hier. Ja, da war ich mich wieder ab von einem Scheiß, aber na, kapot. Ähm. So, dann... Und ein paar Lichter. Was? Was? Wir haben ein Haus gebaut und wieder abgerissen, super. Hehe. Wollte ich noch alles bauen, eine Kirche. Oh Gott. Ag, so, ihr geht ins Unterkerein und geht es in eine Runde, ja. Aber... Na, pflicht. Ne, gut, das wär jetzt irgendwie... Dark Oak? Na, aber bei Dark Oak ist es zu dunkel. Ich bin im Oog wohl. Aber das ist halt das, was wir dieses Video machen. Auf jeden Fall, lass den Menschen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, schönen Tag noch und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.